Moin liebe Freunde, es wird Zeit für ein Update. Könnt ihr euch noch an mein allererstes Video erinnern, HiFi mal anders? Das ist bereits eineinhalb Jahre her. Wahnsinn, oder? Die Zeit rast wirklich. Wie ist mein Kanal bisher gelaufen? Wie weit bin ich mit meiner HiFi-Bude? Und was passiert 2023 mit meinem Kanal? Das sind die Fragen, die ich euch in diesem Video einmal beantworten werde. Außerdem ist es wieder Zeit für mein großes Gewinnspiel. Leute, ich verlose so, so geile Sachen, wirklich. Übrigens, da ich viel zu erzählen habe, ist dieses Video auch mit Kapiteln versehen, so dass ihr zur gewünschten Stelle hin und her spulen könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Erst einmal schönen Gruß an die ganze Community. An alle, die von Anfang an dabei sind, aber auch die, die jetzt neu dazugestoßen sind. Ich wünsche euch allen ein wundervolles Jahr 2023. Und dass ihr die Dinge tun könnt, auf die ihr Lust habt und mit den Menschen zusammen seid, die ihr liebt. Das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Übrigens, kleines privates Update von mir. Ich werde diesen Monat zum dritten Mal Vater. Stichtag ist der 20. Januar. Insofern, falls ich jetzt im Laufe des Januars mal für ein, zwei Wochen verschollen bin, dann wisst ihr schon mal, woran das liegt. Und ebenfalls an dieser Stelle einen riesengroßen Dank an euch alle. Denn ihr seid der Grund, weshalb mein Kanal bis heute überlebt hat. Und glaubt mir, Leute, das war wirklich nicht so leicht. Die eine oder andere Panikattacke habe ich bereits hinter mir. Und tatsächlich hätte ich auch fast das Handtuch schmeißen müssen, aus finanziellen Gründen. Aber toi toi toi, irgendwie hat es bis jetzt ja doch noch geklappt. Ich will ja auch nicht Trübsal blasen hier an der Stelle. Deshalb mehr dazu nicht. Aber falls es jemanden interessiert, wie meine erste Zeit als Selbstständiger war, welche Hürden ich da nehmen musste und wie ich das Ganze gemeistert habe, dem empfehle ich den YouTube-Kanal und Podcast von Gegenwart und Zukunft. Da wurde ich nämlich interviewt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Es wurden sehr persönliche Fragen gestellt. Ich habe mich dann auch sehr, sehr frei gefühlt und habe mich auch, habe frei aus meiner Emotion herausgesprochen. Und ja, habe auch Dinge gesagt, die ich so auf meinem Kanal nicht unbedingt sagen würde. Ich setze den Link mal hier eben an der Stelle und auch in der Videobeschreibung. Aus diesem Loch bin ich aber irgendwie herausgekommen und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Qualität meines Contents enorm gestiegen. Wenn ihr euch mal die ersten Videos von mir anschaut mit den aktuellsten vergleicht, dann werdet ihr eine enorme Steigerung, eine wirklich positive Veränderung feststellen. Unabhängig davon, dass da immer noch Luft nach oben ist. Definitiv. Außerdem ist eure Anteilnahme an meinen Videos über die Likes und die Kommentare extrem hoch im Verhältnis zu der Anzahl meiner Abonnenten. Und zusätzlich sind die Kommentare sogar überdurchschnittlich positiv. Und das lässt mich gegenüber den Herstellern extrem gut dastehen. Und dafür auch nochmal recht herzlichen Dank an der Stelle, denn damit unterstützt ihr mich enorm. Dadurch hatte ich nämlich die Chance, jetzt die letzten Monate tolle Gespräche zu führen mit Herstellern und Vertrieben und weiß jetzt schon, was für Videos ich dieses Jahr drehen darf. Und ein paar Sachen davon möchte ich euch jetzt schon gerne verraten. Ein paar Themen behalte ich mir aber vor. Die Ideen sind so cool, die möchte ich dann lieber, wenn es soweit ist, als überraschende Bombe platzen lassen. Aber vorweg kann ich euch schon mal verraten, dass Content über Lin kommen wird. Hoffentlich auch eine Werksbesichtigung bei Lin, wenn alles gut laufen wird und nicht irgendwie Corona-bedingt oder aus irgendwelchen anderen Gründen dieser Plan platzen könnte. E-Lack ist mit dabei und auch da hoffentlich eine Werksbesichtigung. Aber auch Produkte von E-Lack, die ich reviewen werde. Dann werden Themen über Akustik kommen. Meine Retro-Lieblinge, die Teddy-Lautsprecher werde ich reviewen. Eine Neuheit von THD Labs ist mit dabei. Was haben wir noch? Strauß Elektroakustik, Messebesuche natürlich wieder. Meine eigene Messe werde ich natürlich auch noch organisieren, wieder dieses Jahr. Die letzte war ja auch ein voller Erfolg. Falls jemand nicht weiß, wovon ich rede, ich rede von den Kulturtagen, die bei mir stattfinden. Und dazu habe ich auch eine Video-Zusammenfassung gemacht. Die habe ich schon auf YouTube hochgeladen. Verlinke ich euch kurz an der Stelle und auch in der Videobeschreibung. Was haben wir noch? Aktuell habe ich noch drei Community-Besuche im Petto. Das heißt, ich war bei drei von euch zu Hause und habe die Hi-Fi-Setups gefilmt. Und ein Format, was ich habe einschlafen lassen, möchte ich wieder zum Leben erwecken. Und dazu brauche ich einmal euer Feedback über die Kommentare. Es geht um die Sound-Demos. Die Sound-Demos habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ich hin und wieder mal Feedback bekommen habe, dass es doch gar nichts bringt, weil man das ja eh nicht wie live nachempfinden kann. Verständlich, habe ich auch nie gesagt. Das war nie mein Ziel. Ich fand es nur immer sehr, sehr unterhaltsam. Aber aufgrund dieser Nachrichten habe ich dann mal gedacht, lasse ich das lieber ein bisschen sein. Jetzt sind es aber deutlich mehr, die sich beschweren, dass ich diese Sound-Demos nicht mehr mache, als die paar wenigen, die sich dagegen geäußert haben. Insofern habe ich mir gedacht, werde ich dieses Format auch mal wieder ausprobieren. Zwischendurch werde ich auch mal ein paar Sound-Demos hochladen, wo ich gar nicht rede, wo es einfach nur ein Setup aufgebaut ist und dann Musik spielt. Ähnlich wie bei dem Sound-Sommelier, falls den jemand von euch kennt. Das werde ich mal als Goodie zwischendurch machen. Einen weiteren Gedanken hege ich auch noch. Vielleicht könnt ihr mir da auch über die Kommentare nochmal helfen und mir Feedback geben, wie ihr das findet. Hättet ihr was dagegen, wenn ich hin und wieder mal Englisch spreche? Denn es gibt manchmal Themen, die sind international interessant. Und da habe ich gedacht, könnte ich das vielleicht mal auf Englisch machen. Würde mir wahrscheinlich auch verhelfen, die Community ein bisschen zu erweitern und größer zu werden. Aber in erster Linie ist mir die deutsche Community am wichtigsten und die will ich nicht verärgern. Deshalb auch die direkte Frage an euch. Hättet ihr was dagegen? Schreibt es mir in die Kommentare. Nächstes Update. Meine HiFi-Bude. Wie weit bin ich? Fertig. Ich blende euch zwei ganz kurze Szenen meines HiFi-Studios ein. Mehr davon werde ich euch aber in einem separaten Video zeigen, weil ich dann auch ein bisschen mehr darüber erzählen möchte. Was bedeutet es für euch, dass ich fertig bin? Auch wenn ich von Anfang an immer wieder Leute hier empfangen habe, Geräte vorgeführt habe und verkauft habe, so war dies immer ein inoffizielles Ding. Und diejenigen, die mich kontaktiert haben, taten dies immer mit Vorsicht. So nach dem Motto, kann man das ein oder andere Gerät auch bei dir kaufen? Ja oder nein? Und ich habe mich bewusst immer so zurückgehalten, weil ich einfach nicht so viele Kunden haben wollte. Das hätte mich unter Druck gebracht und ich hätte dann einfach nicht mein HiFi-Studio mit Sinn und Verstand ordentlich fertigstellen können. Die Zeit habe ich mir aber genommen und ich bin jetzt fertig, habe mir die Zeit genommen und es ist wirklich schön geworden. Ich habe auch überhaupt keine Bedenken, wenn jetzt Leute herkommen, dass ich hier nicht akkurat vorführen kann. Das kann ich jetzt. Ihr könnt mich also kontaktieren, wenn ihr von Grund auf eure HiFi-Anlage von mir planen lassen möchtet. Oder wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Komponente seid, um euer HiFi-Setup aufs nächste Level zu bringen. Das könnt ihr gerne per E-Mail bei mir machen unter frag.dimiversos.com oder auch über Instagram, wie es einige von euch auch schon machen. Übrigens, das war zwar eine offensive Ansage, dass ich auch verkaufe, erwartet aber nicht, dass ich all das verkaufe, was ich auch auf meinem Kanal zeige. Es kann gut sein, dass ich Dinge auf meinem Kanal zeige, die ich toll finde, aber nicht verkaufe. Genauso auch umgekehrt. Es kann sein, dass ich Geräte und Marken verkaufe, die ich auf meinem Kanal gar nicht zeige. Das möchte ich hier ganz klar trennen. Meine Videos sollen weiterhin Informationsquelle für euch bleiben und eine unterhaltsame Plattform, damit ihr weiterhin Spaß an eurem Hobby habt, genauso wie ich. Die Videos sollen nicht als Lockvogel dienen, für ein Produktreview, was ich mache, damit ihr dann auf meinem Online-Shop kauft, den ich nicht habe. Nein, das ist nicht der Fall. Es soll weiterhin einfach nur Spaß machen und euch nicht das Gefühl geben, dass ihr jetzt irgendwas kaufen müsst. Ich stelle also meine Marken, die ich verkaufe, auf meinem YouTube-Kanal nicht in den Vordergrund. Es wird hier weiterhin neutral und authentisch bleiben. Ein spannendes Jahr steht uns also bevor. Ich hoffe, ihr seid mit mir voller Euphorie und hoffe auf eure volle Unterstützung. Und für die Unterstützung, die ich bis dato schon von euch erhalten habe, möchte ich euch auch etwas zurückgeben in Form eines großen Gewinnspiels. Ihr wisst ja, hin und wieder mache ich ein paar kleinere Gewinnspiele, aber dieses Mal habe ich wirklich einen Knaller für euch. Ich verlose Sachen im Wert von über 10.000 Euro. Ein paar Geräte davon wurden von Herstellern und Vertrieben gesponsert, aber einiges geht auch auf meine Kappe. Ich fange erstmal mit den Geräten von den Herstellern an. Wir haben fünfmal ein Chord C-Stream-Netzwerkkabel, jeweils im Wert von 79 Euro. Ein Isotec Evo 3 Iso-Plug im Wert von 129 Euro. Ein Pärchen E-Lack-Lautsprecher, Kompakt-Lautsprecher, Debüt 2.0 B5.2 im Wert von 338 Euro. Und ein Lautsprecher-Kabel von Inacoustic, das LS204 Micro Air im Wert von 700 Euro. Vielen Dank an der Stelle an den 3H-Vertrieb aus Hamburg für die 5-Cord-Kabel. Danke auch an den Vertrieb IDC-Klassen für den Evo 3 Iso-Plug. Vielen Dank an E-Lack für die Kompakt-Lautsprecher und danke an Inacoustic für das Inacoustic-Kabel. Ich selbst möchte aber auch einiges aus meinem eigenen Bestand verschenken. Folgende Geräte gehen auf meine Kappe. Einmal ein Rega PL3-Plattenspieler im Wert von 899 Euro. Ein Yamaha RN803D Stereo-Receiver im Wert von 949 Euro. Ein Pärchen Pieger-Lautsprecher, und zwar die T-Micro 40 AMT, Kompakt-Lautsprecher, im Wert von 1100 Euro. Einmal ein Cambridge Azure 851D, das ist der Digital-Analog-Wandler, sehr, sehr tolles Gerät, im Wert von 1450 Euro. Ein Pärchen Dein Audio Xeo 2 Aktiv-Lautsprecher, inklusive dem Xeo Hub, im Wert von 1450 Euro. Und jetzt kommt der Hauptgewinn. Ein Pärchen Dein Audio Xeo 6 Stand-Lautsprecher aktiv, inklusive des dazugehörigen Connect, im Wert von 3350 Euro. Das ist wirklich alles der Knaller. Darüber hinaus verlose ich auch drei Schallplatten. Da haben wir einmal Stone Free, A Tribute to Jimi Hendrix. Das sind ein paar tolle Stücke von Jimi Hendrix, aber auch gesungen von verschiedenen Artists. Unter anderem dabei Eric Clapton, The Cure und so weiter. Auch eine sehr, sehr coole Platte. Dann haben wir The Blues Brothers aus dem Film, das ist der Soundtrack. Auch eine sehr, sehr coole Platte. Und wir haben auch einmal klassische Musik. Herbert von Karajan. So sieht man das, glaube ich, besser. Berlin Philharmonic Orchester. Und die drei Schallplatten haben auch einen gewissen Wert. Also das ist auch eine sehr, sehr audiophile Aufnahme, eine sehr gute Aufnahme. Kostet immerhin 59 Euro, die Schallplatte. Die Blues Brothers liegt bei 18 Euro. Und von Jimi Hendrix die Platte liegt bei 29 Euro. Was habe ich noch? Und ich verlose auch drei meiner Phono-T-Shirts. Die habe ich einmal in beige, einmal in schwarz. Ich habe leider nicht mehr sehr viele Größen da. Ich meine, ich habe noch S, M und L. Und vielleicht noch ein oder zwei XL. Aber XXL ist schon komplett aus. Insofern hoffe ich, dass dann auch ein paar Glückliche dabei sind, wo die Größen dann auch passen. Was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Also in erster Linie abonniert bitte meinen Kanal. Liked diesen Beitrag und kommentiert diesen Beitrag. Kommentieren ist unbedingt notwendig, weil aus den Kommentaren werde ich auch die Gewinner ziehen. Anfang Februar werde ich ein Datum ankündigen, wo ein Livestream stattfindet. Der Livestream wird ungefähr dann Ende Februar stattfinden. Ich habe so die letzte Februarwoche angepeilt. Das werde ich im genauen Wissen, wenn meine Tochter auf der Welt ist. Dann habe ich einen Kopf frei und werde auch Planungssicherheit haben und kann euch dann auch einen fixen Termin nennen. An diesem besagten Livestream werde ich dann per Zufallsgenerator die Gewinner ziehen und dann live verkünden. Wäre natürlich mega cool, wenn zufällig auch die Gewinner mit im Livestream dabei sind. Falls nicht, werde ich das wie gewohnt, wie aus dem letzten Jahr genauso machen. Und zwar dann auf den Kommentar der Gewinner antworten, sodass sie die Chance haben, sich dann bei mir zu melden. Animiert auch bitte gerne Freunde und Familie und Verwandte, alle möglichen Leute, meinen Kanal zu abonnieren und bei diesem Gewinnspiel mit teilzunehmen. Das wird mir natürlich verhelfen, eine größere Reichweite zu erzielen. Zwei der Gewinne gehen aber auch an Instagram-Abonnenten raus. Daher auch hier die Aufforderung, mir auf Instagram zu folgen und den Gewinnspiel-Post abzuwarten. Wenn dieser da ist, dann einfach auch diesen Post liken und kommentieren. Und aus den Kommentaren werde ich dann auch den Gewinner ziehen und beim Livestream dann verkünden. Und parallel dann aber auch die zwei Gewinner auf Instagram per Direct Message anschreiben. Bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel, viel Glück zu wünschen. Wenn dir mein Content gefällt und du mich mal gerne unterstützen möchtest mit einem beliebigen Betrag, dann habe ich in der Videobeschreibung einmal aufgeführt, in welcher Form du das machen kannst. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, Thanks zu klicken. Das ist eine Funktion, ein Reiter unter jedem meiner Videos. Da kann man dann zum jeweiligen Video, wenn euch dieses besonders gefallen hat, auf Thanks klicken und mich mit einem beliebigen Betrag unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen 1. Januar. Alles Gute für euch und eure Familien. Viel, viel Glück und Gesundheit. Und dann sehen wir uns schon bald beim nächsten Video. Ciao.